hey leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin jetzt der johann ep zu einem weiteren video heute haben wir ein etwas besonderes video ich sage nicht aus irgendeinem grund weil heute dabei ist wieder der liebe rabaduda78 moin was geht er hat keinen youtube kanal er ist der berühmte bilder unseres servers und zwar darum geht es heute wir werden heute ich werde euch zeigen rabaduda wird uns nur am anfang dieses videos etwas begleiten wie ihr euch eure eigene minecraft vanilla server welt baut also sprich ein vanilla server aufbaut das wird ein sehr aufwendiges und langes video aber in der video beschreibung sind timestamps und das video wird auch in verschiedenen abschnitte unterteilt dass ihr dort hinspringen könnt falls ihr ein teil nicht sehen oder hören möchte zunächst zeigen wir hier kurz diesen server weil das ist ein vanilla server es sind nur einige plugins drauf und zwar das energiz plugin das ist ein plugin womit ihr auf eure energiz zugreifen könnt wordedit ist ganz klar kennt jeder anderen custom heads ist ein mit 6 heads könnt ihr dort auf die gui das ist einfach ein heads plugin womit ihr köpfe bekommen könnt und dann haben wir noch als klagen ja sowas zum beispiel muss über scorn als klagen das sorgt dafür dass wir hier auf eine andere welt kommen welt spiel also ich zeige euch noch nicht zu viel davon aber ihr seht schon in welcher richtung es hinaus soll es gibt noch kein zurückkommand dafür deshalb kill ich mich kurz so und der liebe lukas wird uns jetzt ein bisschen das server zeigen gibt es hier ein sammeln ihr habt es eben schon gesehen also da das ist super einfach gemacht mit ein paar schildern aber ihr seht auch hier überall diese share die man drauf kriegen kann wir auf richtigen server und hier das ist eigentlich ein super einpreis jammeln und wenn man es geschafft hat steht das im chat ja ich kann euch mal zeigen wie man das gemacht hat wie ich das gemacht habe zwei command böcke und es wird ein stand abgespielt also es wird say gemacht also ein say command zwei weit zu sehen dass jemand jammeln geschafft hat und dann kann man sich ja zurück wir haben aber auch ein hauptspielmodus da sage ich euch direkt da sollte jeder server drauf geliecht sein und zwar wir geben jetzt einmal ein command ein und zwar 6 trigger und dann haben wir hier verschiedene befehle zum beispiel discord ihr seht hier halt dass ich den discord link dahinter liegt habe aber 6 trigger admin dobi kommen wir auf admin dobi und da können wir auf unser mmo apg zugreifen moin ja ich weiß sie ist noch ein bisschen in baustelle so und hier hinter ist das das ist halt unser hauptspielmodus wo es quests gibt und so weiter ja hier gibt es halt auch npcs also npc zum beispiel der hier sowas in vanilla minecraft funktioniert zeige ich euch dann ganz easy eigentlich mit der druckplatte da da kommt noch viel mehr außerdem mmo apg ich habe erst nur gerade das startgebiet gezeigt mir das nicht so ist ja erstmal ein bisschen mehr über und so also das server ist vor einer weile einfach so aus spaß entstanden und ja das hat uns halb viel spaß gemacht deswegen haben wir mini games reingebaut haben jetzt ein großes projekt und so weiter ja das mmo apg genau alles hat damit angefangen mit einem 1v1 und mit mini raum mehr war da nicht vorher und jetzt ist hier sowas riesiges daraus entstanden ich kann euch mal kurz erzählen wo dieser mini raum war aber mehr erzählen wir dann auch nicht über den server denn wir waren ja direkt zum anfang des videos kommt der war ungefähr hier hier war der mal hier war mal dieser mini raum hier ist die 1v1 das waren die waren auch sehr cool waren wir kurz in der runde spielen lukas damit wir sehen was so in meiner minecraft möglich ist dass meine minecraft dürfen keine commands hinter sich game and adventure natürlich ich gehe ziemlich drauf also ich mache es ist egal also kommen wir von 1v1 ich gehe mal auf das arterkit und ihr seht halt dass das in meiner minecraft möglich ist dass ihr seht dass man jetzt also sein kit auswählen kann ich habe da mal ein tutorial über gemacht aber etwas älter ist das aber ihr könnt euch das mal reingucken für maximal drei kids geht es aber für mehrere kids auch nicht es zeigt ein bisschen ja wegen der aufnahme habe ich schon resistance ja von gold apfel ich glaube der arter ist eh viel zu op und ist die deckt ein bisschen gerade wo bist du mein oh man schade ich habe verloren aber soviel dazu also ihr seht das richtig gute kids möglich sind ne und es gibt auch diese trigger commands dazu kann man später noch das einfach custom commands in minecraft banal hinzu das war es so weit mit dem server also ähm es gibt natürlich viele andere modi die ihr ausprobieren könnt mit gewasch gibt es natürlich auch könnt ihr mal selbst ausprobieren ip manchmal ist der server offen wenn man live stream haben wird immer an der live stream bestand jetzt pack ich sie nicht rein weil ihr eh nicht drauf kommt der weitest ist an und ich würd sagen das war es soweit mit dem server und zwar wäre ich erst mal eine private welt so wir sind jetzt auf dem single player äh wundert euch nicht über das andere grafikdesign ihr benutzt badline client ihr benutzt irgendwie minecraft oder auch badline client ihr drückt auf neue welt erstellen ganz klar und dann die welt irgendwie server ich nenne sie in meinem fall server tutorial oder so keine ahnung damit ich das weiß damit ich sie nachher wieder drücken kann geht ihr auf kreativen modus cheats erlauben an schwierigkeit lasst ihr erstmal auf normal dann geht ihr in 1.16 auf spielregeln und macht erstmal so ihr macht sofortigen wiederanstieg an fallschaden feuer schaden lasst ihr an inventar nach top behalten an die gesundheit gerendet Radius macht ihr auf 1 das wiederanstiegsbereich der feld macht ja er macht er create a mockriffing force also aus und er macht cartoon erzeugen aus das macht ihr einfach alles aus also wir wollen keine monster auf dem server aus beute machen wir alles an tag nacht zyklus erstmal aus erstmal aus vorausbreitung aus wetter wechsel auch aus vorschritte aus er macht befehls block ausgaben auch aus hier und befehls ausgabe macht ihr es lasst ihr auf an befehls block ausgabe macht ihr auf aus und befehls ausgabe auf an toolsmeldung auch aus macht ihr so dann geht ihr auf weitere wertoption welttyp flachland anpassen vorlagen nehmt ihr euch die lehre also so weit weil ihr das die perfekte welt ist für ein server ist denn die welt ihr habt jetzt eure welt präpariert für die 1.16 und landen auf einer flachen welt bevor wir jetzt zum eigentlichen lobbybau kommen also wir müssen ja irgendwie eine lobby haben nachher brauchen wir jetzt erstmal die grundlagen was braucht man überhaupt für ein vanillaserver ihr müsst natürlich sheets anhaben und ich habe euch eben gesagt dass ihr irgendwie diese game rules alle aus und an machen sollt also wenn man das sieht dann seht ihr schon slash ihr gebt euch jetzt mit slash gif add p dann gebt ihr com ein also com und drückt einmal tab und dann krieg ich dann command block befehls block ihr könnt den auch irgendwie in einem tab speichern ihr wisst wie das geht in 1.16 also mit x irgendwie ich habe hier jetzt x auf 2 gesetzt deshalb funktioniert das bei mir nicht aber ich habe hier eigentlich alle meine wichtigsten items eingespeichert auch command block sogar welche wo fliegende minecats drin sind aber die lassen wir jetzt aus was ich nun sagen möchte ist dass ihr definitiv die grundkenntnisse für command und command block braucht ihr solltet wissen dass ein befehls block irgendwie ein paar verschiedene mode hier hat dass er wiederholen kann dass er verketten kann und dass das der normale ist ihr solltet das wissen dass die 3 das können solltet ihr euch ein bisschen mit der execute command auskennen und ein bisschen mit scoreboards ohne das wird es nicht execute habe ich mal erklärt aber hat auch videocraft kürzlich ein gutes tutorial dazu gemacht glaube ich verlinke ich auch mal in der beschreibung also kann ich euch nur empfehlen ja dann gibt es einige tools die euch beim erstellen helfen von commands blocken von commands da gibt es zum einen mc stacker mc stacker.net heißt die website auch einige der link in der beschreibung auf dieser website könnt ihr euch jetzt hier mit 6 sammeln oder irgendwelche commands zusammen klicken dann könnt ihr mal googlen custom sign generator den braucht ihr natürlich nachher um die schilder für den server zu erstellen diese hier kann man hier die commands eingeben habe ich auch ein tutorial zugemacht könnt ihr euch auch anschauen und somit wisst ihr wie man schilder erstellt dann gibt es den armastent generator könnt ihr auch mal googlen und dann hier harcel care ist die erste website und da könnt ihr euch halt einen armastent zusammenstellen der irgendwie hier eine rotation hat dann kann man hier den kopf bewegen und show arms ist halt im prinzip dass ihr dann die arme auch unterstellen könnt und dann wird ihr euch hier unten ein befehl generiert ihr seht hier der halt euch diesen armastent generiert das sind halt so die drei wichtigsten webseiten wir kommen jetzt so langsam schon zum serverbau eigentlich also wir bauen den server natürlich in 916 wie gesagt und sind hier auf höhe sind wir hier auf höhe 4 das ist viel zu wenig ihr geht definitiv höher da wir eine etwas zu erhöhe brauchen das sollte erstmal reichen also mindestens 10 und dann legt ihr am spawn eine druckplatte also es muss irgendwie eine irgendeine druckplatte sein also ansporn das ist euer spawnpunkt der welt sagen wir jetzt mal und auf diese druckplatte geht kommt der spieler drauf wenn er spawnt und erstmal werden ein paar dinge ausgeführt wir haben ja die vier zwölke und wir machen jetzt erstmal am spawnen ein paar dinge wir wollen ja nicht dass der spieler irgendwas kaputt macht da erscheinen wir jetzt natürlich in den ersten game out adventure und dann den nächsten spieler rein also game out adventure at p und somit haben wir schon mal gewährleistet dass der spieler in den abenteuern ausgesetzt wird wenn er den spawn mit ich entferne hier kurz die druckplatte das kann man sich irgendwie schön machen ich mache hier jetzt nichts großartiges sondern einfach nur zu demonstrierungszwecken ihr müsst halt natürlich euch einen baustil auswählen den ihr für den server haben möchtet ihr gebt hier jetzt auf den spawn den command set voidspawn rein damit setzt ihr diesen weltenspawn auf diese koordinate ihr könnt eure druckplatte wieder hinlegen und hier wurde jetzt der weltenspawn gesetzt jedesmal wenn der spieler stirbt wird er dort drauf gespawnt und in den adventure monkey wählt euch also wenn ihr nun irgendwie euren stil für den server gewählt habt baut ihr euch irgendwie erstmal eure erste lobby auf ich baue jetzt einfach irgendwie die lobby also muss jetzt nichts wildes sein was ich hier baue aber es wird auf jeden fall irgendwie eine lobby sein also sagen wir mal das ist eine schwebende insel irgendwie die lobby also mit ganz viel fantasie das ist jetzt unsere lobby hier ist der swarmpunkt und ihr seht ihr euch schon abenteuer modus gesetzt das hat alles gecappt und nun haben wir das ziel halt spielmodi auf diesen server zu bauen wir wollen da jetzt irgendwie einen command haben der den spieler zur lobby zurück teleportiert also wie wollen wir das machen also das ist unsere lobby und wir wollen die spieler irgendwie zur lobby zurück teleportieren und da kommt jetzt dieser command spielerns.trigger ihr seht da kann man noch nichts hinterschreiben jetzt wie auf unseren server dafür muss nämlich nur was gemacht werden damit das überhaupt funktioniert nehmt euch jetzt erstmal einen command block ihr gebt das erstmal in den chat 1 scoreboard objectives add dann euren befehlsnamen wir nennen das jetzt mal hub und geben dahinter ein trigger ja jetzt haben wir das ding nämlich auf dem trigger steht jetzt können wir das trigger und ist immer noch nix da dazu muss nämlich nur was gemacht werden und zwar hier unten ist Platz für commands wenn ihr diese Voidfels habt dann würde ich euch höchstens diesen Platz für immer aktive command blocken nehmen weil ihr seid hier im spawn chunk und der ist immer geladen merkt euch das einfach also diese zone hier ist mindestens immer geladen wir können sogar noch weiter heraus gehen bis zu 12 chunks geht das aber diese zone ist hier definitiv immer geladen also baut hier die command bekommen ihr baut hier jetzt ein Befehlsblock nach oben kann auch zu selten sein das muss aber auf jeden Fall ein wiederholender und ein aktiver sein und dort schreibt ihr jetzt ein scoreboss der jas enable at a hub so ja den zweiten command block den wir darüber stellen stellen wir auf verketten und im aktiv und schreiben wir dort execute s at a scores von macht jetzt diese ecke hier diese geschweifte kämmer auf und zu ähm ich schreib da jetzt ähm rein dass ihr den hub gleich 1 punkt punkt hub 1 punkt also wenn das score mindestens 1 ist von hub dann schreibt dann run und jetzt kommt eigentlich der teleportationscommand das war tp at s also der Spieler der das Ding ausführt ihr müsst hier noch at at s reinschreiben einfach ich schreib das einfach rein weil damit erleichtert ihr euch nachher und zwar wird wird jetzt der Spieler auf euren auf euer hub teleportiert was ihr dafür machen müsst ist eigentlich nur die Druckplätze anzupallen sich fill zu drücken und dann die koordinaten zu geben euch diese zu markieren mit steuerung c rauspicken das habe ich euch auch schon auf vielen videos erklärt wie man das macht steuerung v hier zum einfügen fertig dann nehmt ihr euch diesen command steuerung a steuerung c wieder steuerung v gibt ihr hier ein und schreibt hier run hier schreibt ihr jetzt run scoreboard players reset add s hub rein und dem steht ihr auch auf verketten und immer aktiv und jetzt könnt ihr 6 figure hub eingeben und ihr werdet zur lobby zurück geworbt und das funktioniert auch immer wieder ihr seht es funktioniert immer wieder ist das nicht cool aber wir haben jetzt schon unseren ersten command entwickelt auf diese weise könnt ihr auch weitere commands entwickeln zb 6 trigger und dann skybox und dann werdet ihr in die skybox server teleportiert kann man ja so machen aber somit haben wir unseren ersten command entwickelt der auf den server funktioniert also das funktioniert auch serverweit wir wollen jetzt hier noch das inventar des spielers clearen deshalb machen wir hier verketten auch immer aktiv also hier wird das inventar des spiels gelöscht über die platte also zum bauen dann entfernen 6 trigger ab funktioniert immer noch man wird halt nur einmal nicht auf die druckplatte teleportiert wenn ihr die wenn ihr die druckplattenposition nicht wieder findet gibt 6 trigger hub ein dann könnt ihr halt diese druckplatte dort hinsetzen wo ihr hingeworbt wurdet und zwar hier genau ja das sind schon 3 aktive command pack auf dem server es werden noch mehr werden ähm ihr könnt natürlich auch 6 trigger lobby auf die gleiche art und weise machen und somit ein adias hinzufügen ihr müsst aber 3 neue command drucken schreiben ihr könnt das nicht irgendwie in die command drucken noch reinschreiben dass ihr 6 trigger lobby dann schreibt ihr habt doch bestimmt auch schon mitbekommen durch irgendwelche meiner live streams dass es Ränge auf dem server gibt also wir wollen jetzt nun einen normalen spiel darin erstellen wo der spieler am anfang also wer meint das was an die kompletten grundsagen wo der spieler am anfang hin teleportiert wird also wir wollen dass ein normaler spieler den rank kriegt und ähm den normalen spieler rank kriegt und nun auf dem spawn teleportiert wir erstellen erstmal den rank und zwar ist das ein super einfacher befehl und zwar 6 team 6 team kennt ihr bestimmt dann könnt ihr hier add reinschreiben und dann können wir jetzt hier ein team nennen und zwar das normale player team mal jetzt einfach mal player team player wurde erstellt so dann gibt es hier ein 6 team modify nun könnt ihr euer team modifizieren und zwar player also das team player ihr habt ja das nur ein und zwar wollen wir jetzt vielleicht ein prefix vornamen machen hier ein prefix klickt hier mal drauf dann müsst ihr das in Anführungszeichen schreiben und zwar wollen wir jetzt ein player vor den spielernamen schreiben wir können das jetzt gestalten wie wir wollen aber ich mache es ganz gerne so dass ich jetzt diesen strich hinschreibe und nochmal der zeichen drücke und dann ja wenn ich nun team team joint player reinschreibe bin ich ein player und ihr seht meinen namen ne also irgendwie ist das noch verpackt bei Lanket aber mein name ist jetzt player wir geben denen einfach nur ne Farbe und zwar macht ihr das auch mit team ähm modify und dann player und dann gibt ihr einfach color ein und dann macht ihr das einfach ihr nehmts dark green also wir haben jetzt nen dunkelgruen player ihr seht wir haben die player sind jetzt alle dunkelgrün und wenn ich was in z schreibe steht das player zu johan lp und dann heißt t ne ist jetzt wenn ihr auf dem anderen server laufen halt dass ich player bin und dann kann ich morgen schreiben wir wollen ja auch von server noch ein admin haben also ich erstelle jetzt mal das team admin also team admin so also ein admin wurde erstellt team modify admin den prefix ähm prefix ist halt wieder admin ähm den 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 so dann haben wir hier team modify admin color machen wir mal diesmal den admin auf dark aqua würde ich sagen das ist doch eine gute Farbe ihr seht jetzt haben wir den admin auf dark aqua und ja wir haben jetzt halt ein admin team ihr könnt jetzt noch weitere teams hinzufügen aber das bei diesen beiden teams weil wir mit diesen beiden teams auch in diesem Video noch ein bisschen arbeiten werden und zwar genau jetzt wir müssen jetzt das spielerteam als standard team festlegen ich schreibe hier jetzt rein team join a player at a ich schreibe hier ne eckige klammer team rein natürlich team gleich ausrufezeichen player comma team team gleich ausrufezeichen admin das ausrufezeichen heißt dass der spieler nicht in diesem team ist das machen wir jetzt auf wiederholen und immer aktiv und jetzt manchmal sage ich team leave add p aus dem team entfernen und ihr seht ich bin wieder ein spielerteam drin also wenn ich jetzt add s eingebe ihr seht ihr seht es soll ganz kurz aufsackern manchmal auch nicht weil ich werde direkt zu den team hinzufügen das ist halt das standard team was wir jetzt haben auf dem server das ist team admin und jetzt kann ich einfach das team join admin wieder eingeben und ich werde nicht aus dem admin team als spieler angezeigt weil dieser spieler bei der admin hier einfach in command block als ausgeschlossen wird wenn ihr hier jetzt ein anderes team hinzufügen und dann diesen team beitretet denkt daran dass ihr auch in diesen command mit team gleich ausrufezeichen und dann das team da hinschreibt wir nehmen jetzt einfach den command block macht hier einen komparator hin ich schreibe hier rein jetzt execute 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 if entity entity add p äh add p der nächste spieler der team gleich ausrufezeichen player Komma team ist gleich ausrufezeichen admin so den steht da auf immer aktiv und wiederholen so dann schreibt ihr hier ein command block daneben und zwar nicht immer aktiv sondern wenn nötig western tp add p st v ähm sech team leave add p add a und ihr seht ja ihr müsst hier das zeichnen entfernen ganz wichtig wenn ich jetzt alle teams entferne seht ihr werde ich auf den spawn teleportiert die müssen auch benötigt was noch stehen die command blocker damit sie gehen und ihr seht wenn ich aus dem team raus bin werde ich jetzt zum spawn teleportiert das ist schon mal ganz gut falls das spieler irgendwo aus irgendeinem blöden grund auf der welt spawnt wird er nur auf den spawn tipp und ihr geht hier einfach noch spawn point add p rein und dann die koordinaten und stellt den auch auf ähm im aktiv verketten und im aktiv damit das spawnpunkt auch einfach dahin gesetzt wird nun dann kommen wir eigentlich jetzt schon zum nächsten abschnitt und zwar genau wie baue ich diesen server auf wie unterteile ich das also wie ihr seht auf mein server ich gehe kurz drauf ähm seht ihr dass ich ähm verschiedene unterlobys gebaut habe zum beispiel die unterlobys für 1v1 oder die unterlobys für 1v1 wo man dann weiteres auswählen kann baut das auf jeden fall so wie ich es am besten zeige lasst uns davon ausgehen dass ihr jetzt so ein jump in 1 baut also wir bauen keine verschiedene schwierigkeiten grad stufen also wir bauen hier jetzt ein jump in 1 was gemacht wird ist hier kommt ein knopf hin also da würde ich euch tatsächlich diesen hier empfehlen polierten schwarz stein knopf weil der sieht sehr schön aus wie ich finde nehmt euch normalen command block habt ihr und teleportieren die spieler tp äh caps nicht tp add p und dann an eine koordinate wo der jump in 1 beginnen soll was auf dem server auch ganz wichtig sind sind barrieren die erhält ihr mit 6 gf add p barrier ich hab jetzt einfach add r eingeben aber es geht trotzdem weil ich der einzige spieler bin wir wollen jetzt ein jump in 1 für unseren nicen kleinen minecraft server bauen ihr baut jetzt irgendwo an eurer welt also baut jetzt hier mein goldblock also hier wird jetzt unsere startplattform sagen wir aber den scheiß brauchen wir nicht weil der spieler wird da nicht stehen laufen sondern ihn teleportiert und dann können wir uns andere blocke nehmen und das sammeln wollen ich baue jetzt einfach ein ultra easy jump in 1 das ist unsere startplattform für den server also was grundlegend erstmal gemacht werden muss ist ist super einfach eigentlich und zwar hier passt ne goldruckplatte besser deshalb nehmen wir die hier also wenn ihr den command tag kennt dann wisst ihr was wir jetzt machen und zwar 6 tag könnt ihr einen spieler eine eigenschaft hinzufügen nicht eine eigenschaft in dem sinne sondern einfach ein ein einen schriftzug den ihr dann nachher später für eine auswahl nehmen könnt also oh gott hört sich das kompliziert an vereinfacht gesagt mit 6 tag add p also der nächste spieler add also hinzufüge und dann irgendein string also ein name des tags kann man hier sagen also eine zeichenkette man kann auch hier s123456 hinschreiben dieser tag kann dafür benutzt werden nachher um nur auf bestimmte spieler in bestimmten games beispielsweise etwas hinzuzufügen wir machen das jetzt in summon 1 und zwar tag der spieler den knopf drückt tag add p add wir machen jetzt einfach jump nennen wir den tag den könnt ihr nennen wie ihr wollt also dieser tag ist einfach eine zeichenkette die ihr euch merken müsst dann macht ihr dahinter einen verketteten mit facebook tp add p und dann zu den koordinaten hin wo der tag weil auf diese druckplatte soll das spieler dann teleportiert werden also verketten immer aktiv wenn ich das nur mache werde ich hier auf die druckplatte teleportiert es ähm kann ein titel kommen ihr könnt euch auch äh diesen json text generator von der custom sign generator website können ja mal ein bisschen suchen da aber ich gebe jetzt einfach title add p title ein und dann könnt ihr das einfach auch hier so schreiben und dann können wir uns dann irgendwann hier zum beispiel ihn schreiben und es wird gleich eine schöne titelnachricht angezeigt dass wir in summon 1 sind ihr seht ich bin in summon 1 wenn wir auf die druckplatte gehen kann man dann erledigen und wenn man es dann geschafft hat möchte ich gerne dass etwas weiteres passiert also das soll natürlich dann irgendwann schöner aussehen aber was wichtig ist dass wir jetzt einen tag haben mit dem wir etwas machen können also der tag ist jump ich stelle den command block wieder irgendwo in die spawnchank rein ihr gebt jetzt in den command folgenden bv an execute s add a in klammern jetzt können wir nämlich den tag hier eingeben tag ist jetzt jump also euren tag add add s ist ganz sehr wichtig if dann gebt ihr if ein wieder also da fragen wir etwas ab block dann gebt ihr relativ relativ minus 1 ein äh ok minecraft will gerade den befindlich eingeben relativ also sie wählen Entschuldigung alt und plus minus 1 relativ barrier minecraft bei 0 1 tp add s an die startkoordinaten der shaman runs ich habe die jetzt einfach eingefügt also wir was heißt hier also execute s add a tag also es wird 1 dieses spieler von tag also bei den spielern wenn ein block unter dem spieler ist also relativ beim spieler also minus 1 ist unter dem spieler einmal und zwar eine barriere dann wird der spieler teleportiert den macht ihr auch immer aktiv und wiederholen damit können wir nämlich abfragen ob der spieler das shaman run gefällt hat und somit können wir einfach den spieler wieder zum start zurück teleportieren ihr füllt jetzt einfach eine große fläche mit barriere dann macht ihr auch hier barriere zum beispiel slash fill macht ihr dann mit barriere also jetzt haben wir hier barriere und ihr seht ich habe den tag und werde direkt wieder auf die druckplatte zurück teleportiert nach links können wir es noch ein bisschen erweitern so gut dann haben wir das und ihr seht ich werde immer auf diese dinge zurück teleportiert und auch wenn ich das einfach nur teile ich werde einfach auf die barriere zurück tp' oder auf das ding so ich werde es euch nur demonstriert haben und wir kriegen jetzt den tag wieder weg indem der spieler am ziel über die druckplatte läuft ich schreibe jetzt einfach tag add p move jump dann den nächsten tp add p string koordinaten die wir am spawn hatten fügt sich ein ihr macht ihn auf immer aktiv und verketten denn jetzt wenn ihr jetzt auf die barriere fallen würdet will nicht mehr passieren dass ihr auf diese spawn koordinaten zurück teleportiert werdet cool ne ihr habt jetzt die möglichkeit das wirklich schon zu spielen und wenn ihr es seht wenn man es fällt und wenn man es dann schafft wirst du einfach auf das spawnzeug teleportiert das ist halt ein kleines minigame was an sich schon ganz cool ist und somit könnt ihr halt auch weitere minigames bauen was ist aber jetzt wenn das spieler 6 trigger hub eingibt dann werdet ihr doch immer noch wenn ihr auf irgendeine barriere geht einfach in das summon land teleportiert weil der spieler es noch nicht beendet hat wir möchten aber wenn das 6 trigger hub eingibt dass ihr die summon land beendet das machen wir ganz einfach in dem der spieler hier unten den tag entfernt kriegt und zwar hier unten in diesen command ihr addet einfach rein tag add p remove ähm jump und der nächste spieler verketten immer aktiv und somit bekommt der nächste spieler dann den tag wieder weggenommen aber wenn es 6 trigger hub eingibt und wir jetzt auf eine barriere gehen seht ihr wir werden nicht teleportiert was ich hier noch empfehlen könnte ist dem spieler einmal äh resistenz zu geben beim jamon weil wir wollen ja nicht dass das spieler irgendwie Fallschaden erleitet nur aufgrund äh des jamon 1s hier gibt es ja auch immer verketten und immer aktiv effekt effekt add a also add a tag gleich jump welche wieder eingeben ähm resistenz für unendlich zahlt wir können jetzt den mt5 55 und die partikel true also hier wird einfach ähm jetzt bekomme ich den effekt nicht weil ich nicht zum jamon 1s angemeldet bin aber jetzt habe ich hier einen resistenz effekt und ja 6 gamut adventure jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren auch wenn ich ein paar eben abgezogen bekomme naja da der erste part jetzt schon echt extrem lang ist würde ich sagen wir machen noch einen zweiten part in den zweiten part kümmern wir uns auch um eine abbaubare map für ein spielmodus ich würde sagen da machen wir so eine ganz geile serie draus ähm und zwar machen wir es so dass wir dort vielleicht ein timer einbinden dann diese map diese map resetbar machen dass sich im prinzip äh die map wieder sich hinsetzt also da klont sich alles weg wie wir das machen das erzähle ich euch im nächsten part bis dahin grüße gehen raus nochmal an lukas vielen dank für das intro ähm was ich euch noch empfehlen kann ist auf dem server über easter eggs einzubauen zum beispiel so ein raum der erbauer oder sowas ähm und natürlich führe ich dann auch in der lobby hier einfach den effekt kreeren also effekt kreer at p also hier hinten beim jammern dass äh einfach hier die effekte gelöscht werden bis dahin also bis zum nächsten part macht es gut ähm der wird vielleicht nächste woche oder so erschauen keine ahnung wann der erschauen wird aber auf jeden fall irgendwann macht es gut und tschau bis zum nächsten Mal